So, das Einzige, was ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig finde, ist, da kauft man sich einen runden Staubsauger und denkt, der rennt einem hier überall hinterher, tut er nicht. Dadurch, dass er vorne zwei Räder hat, kann er sich genauso verkanten wie jeder andere Staubsauger auch. Ich demonstriere das hier mal, jetzt hängt er da hinter der Tonne fest, da kommt er auch nicht weg, wenn ich ziehe. Das heißt, ich muss mit diesem Staubsauger wie mit jedem anderen Modell größere Böden fahren, dann folgt er einem auch überall hinterher. Der geht eigentlich auch hier über solche Kanten, da hat er kein Problem mit. Insgesamt bin ich mit dem Buben ganz zufrieden, besonders natürlich Beutel einen Monat immer noch nicht voll. Alles gut.